zu einem Mabgo spezial made by donk performance mein gott er freig dich um warum ich habe ihm nichts getan ich habe ihm nichts getan worum geht es und zwar geht es heute ausschließlich oder in diesem video ausschließlich um die Mabgo 5x120 lösung die ich schon mehrmals auf dem kanal beworben habe oder auch gesagt habe sie verbaut habe ich habe sie verbaut in einem e30 cabriolet auf bbs rs und wir werden jetzt demnächst die ganze kirchte noch verbauen bei meinem 325 i4 facelift ihr werdet euch fragen was ist denn eigentlich so speziell an den sachen von der firma Mabgo und warum bewirbt das eigentlich Onkel Dunk das ist ein ganz einfachen grund die firma Mabgo hat original firma 100er scheiben vom e30 wie ich es jetzt hier in der hand habe genommen und hat eine 520er Mittellokzentrierung reingemacht und natürlich auch die 520 Bohrung natürlich nicht nur die scheiben vorne wie hinten sondern auch die Radnaben zur kombination hier wir kennen sie die vordere Radnabe mit Radlage eine einheit passen schon auf 520 leider mit der falschen Mittellokzentrierung wie wir sehen passt das auch zusammen das heißt ihr schmeißt eure alte firma 100er Radnabe runter lauft das Set vom Abgo kloppt die drauf quasi nehmt eure 520er Scheibe die dabei ist nehmt einen Mittelzentrierungsring weil die Mittelzentrierung ist von me30 leider beigeblieben baut das zusammen und schon habt ihr dementsprechend einen 520er Umbau auf der Vorderachse und eigentlich genauso einfach ist auch auf der Hinterachse wir haben jetzt hier eine ganz normale firma 100er Bremsscheibe für die Hinterachse und die Firma Mabgo ist einfach hingegangen hat die selbe Scheibe genommen hat diesmal die Mittellokzentrierung vom e36 genommen und ein 520er Lochbild passend mit meiner Spezial Z4 Radnabe die ich abarbeitet habe beziehungsweise umgebaut habt könnt ihr diese lösung fahren ohne Spurverbreiterung ohne dass ihr den Sattel versetzen muss ohne dass ihr was zum TÜV fahren müsst aber ihr müsst dementsprechend trotzdem zum TÜV fahren weil die Reifengröße bzw. die Felgen als solches vom e30 nicht mehr genutzt werden können außer vielleicht ihr nehmt die e30 m3 Felge dann müsste es vielleicht glaube ich sogar eintragungsweise in der komplette Umbau was kommt noch hinzu die Bremsscheiben die bei dem Set dabei sind haben dieselbe Dimension dieselben Maße wie die vom e30 als solches das heißt ihr braucht kein neues Sättel ihr braucht keine Adapter ihr könnt eure normalen e30 so wie ihr habt könnt ihr einfach die Scheibe Nabe alles runter machen montiert die Mabgo Spezial Parts macht die Scheibe drauf vielleicht könnt ihr euch noch einen Satz neue Belege baut das zusammen und ihr seid fertig natürlich noch ein 520er Felge das ist natürlich denke ich selbst erklärend sonst würde man den Umbau ja gar nicht machen für welche e30 würde das funktionieren für welche e30 ist das interessant eigentlich für alle ich habe jetzt aber schon die Frage bekommen von Leuten die Drommelbremse auf der Hinterachse fahren mit diesem Kit könnt ihr natürlich leider nicht einfach oben bauen auf Scheibenbremsen nach wie vor braucht ihr auf der Hinterachse schwingen für eine Sattelaufnahme und was noch hinzu kommt wenn ihr vorne volle Scheiben fährt wird das auch nicht funktionieren da braucht ihr dementsprechend einen Sattelhalter für innen belüftete Scheiben weil die Scheiben von der Firma Mabgo sind innen belüftet und dadurch ein bisschen dicker als die vollen Scheiben vom E30 der war die beim 316 318 glaube auch sogar beim 320 verbaut waren kommen wir denke ich zu einem sehr interessanten Part von der ganzen Geschichte und zwar die Preise die vorderen Narben also zwei Stück ein Satz kosten 159 Euro 90 plus Versand natürlich wenn ihr das ganze als Set bestellen wollt also mit passenden Bremsscheiben kostet der Spaß 274,90 die hinteren Narben gibt es als Komplettset zusammen mit einem Radlager passend für den E30 da seid ihr bei 199,90 Euro und als Komplettset mit Bremsscheibe seid ihr bei 314,90 Euro die Scheiben und solches egal ob der Vorderachse oder Hinterachse kosten 119,90 Euro ich sage gleich aber hinzu mit der hinteren Scheibe könnt ihr eigentlich nur was anfangen wenn ihr dementsprechend die Mabgo Lösung verbaut beziehungsweise auch bei der vorderen Scheibe ist es so die Sachen passen beziehungsweise sind nicht kompatibel zu anderen Produkten momentan ist die Firma Mabgo die einzige die sich erbarmt hat und für uns E30 Fahrer eine Lösung anbietet mit der mir ohne viel Stress 520er Felgen fahren können wenn ihr euch sagt ich möchte das komplette Set haben das rundum Sorglos Paket das heißt Bremsscheiben vorne wie hinten Radnarbe vorne Radnarbe hinten Radlager hinten dann seid ihr bei 584,90 Euro plus noch mal Versand wie gesagt wenn ihr daran Interesse habt könnt ihr mir gerne schreiben ich kann euch ein Angebot machen wenn ihr dementsprechend nicht weiß wie ihr mich kontaktieren könnt ich habe einen Instagram Kanal donk-performance oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an donk-performance.icloud.com und dann kann ich euch natürlich ein unverbindliches Angebot wie ihr E-Mails zukommen lassen was ist eigentlich mit ABS ABS ist gar kein Problem weil die Auflösung das heißt wie viele Zähne auf 360 Grad auf dieser Radnarbe drauf sind ist eins zu eins identisch mit eurem E30 Radlager auf der Vorderachse bzw. Radnarbe hinterachse verändert sich ja gar nichts weil hinten ist der ABS Ring auf eurer Antriebswelle das heißt ihr könnt euer originales E30 ABS weiterhin mit der Mabco 520 Lösung benutzen und auch fahren was ist eigentlich mit dem Thema Antriebswelle kann ich mit der Mabco Nabe nämlich sprechen auch die original E30 Antriebswelle fahren oder muss ich E36 fahren oder was auch immer ganz einfach beantwortet E30 Mabco passt einwandfrei also ihr könnt eure Antriebswelle absolut original lassen ihr müsst da nichts dran machen falls ihr ein Umbau habt auch auf 188 Differential aus dem E36 kompakt oder Z3 dann könnt ihr natürlich die Nabe bzw. die Antriebswelle vom E36 oder Z3 Antriebswelle nutzen die funktioniert auch die passt genauso hier fluchtend saugend rein wie auch die E30 würde was ist eigentlich mit meinen Radschrauben kann ich die vom E30 behalten natürlich kannst du auch deine Radschrauben vom E30 behalten die passt einwandfrei wie man hier sieht natürlich in eine E30 Radnarbe rein und die passt natürlich auch in die Mabco Lösung rein einzig was ihr natürlich braucht ihr habt nämlich brechen jetzt pro Rad eine Schraube mehr das heißt vier Radbolzen mehr wäre nicht verkehrt vielleicht als Abschluss noch mal eine eigene persönliche Meinung zu dem ganzen Set ich finde es mega cool dass die Firma Mabco in dem Fall Special Parts die zu Mabco gehört gesagt hat wir gehen hin wir bauen was für E30 Fahrer wir sind glaube ich eine relativ kleine Randgruppe so viele 30 Fahrer gibt es leider nicht mehr normalerweise machen die Jungs mehr was für Golf für die VAG Szene wo dementsprechend deutlich mehr Fahrer noch unterwegs sind auch Leute sind die die Fahrzeuge cool umbauen oder extrem umbauen was Leistung umgeht ich finde es mega dass die Firma Mabco das gemacht hat und mir die Chance gibt oder mir dementsprechend die Anerkennung schenkt dass ich hier hingehen kann und kann das bewerben oder auch ausprobieren und wenn man es sich anschaut ich habe diese Lösung bei einem 325i Vor-Facelift Cabrio verbaut mit BBS RS in 8,5 x 17 Original wir sprechen hier von Rednern die kosten weit über 5000 Euro und selbst der Besitzer hat sich mega gefreut über diese Lösung und für mich ist momentan die Mabco Lösung echt das beste momentan auf dem Markt ich sage das nicht weil ich es verkaufe sondern weil ich da hinten dran stehe ich stehe auch hinter der Epitec Lösung die ist auch echt gut aber mit dieser Lösung spart ihr euch definitiv 7mm auf der Vorderachse und 2,5mm auf der Hinterachse Spurverbreitung ich werde weil ich persönlich mit diesen normalen E30 Lochmaßen mit diesen E30 Original Bremsscheibendurchmesser nichts anfangen kann werde ich umbauen ich werde hingehen wird eine größere Bremsanlage entwickeln es kann sein dass das relativ lange dauern wird für euch ich werde wahrscheinlich mir Scheiben selbst bearbeiten das heißt ich werde die Scheiben selbst drehen und das Lochbild anpassen wenn das nämlich Brechen dann aus der Prototypenphase raus ist dann wird es diese Scheiben komplett unbehandelt quasi von der Firma Mabco gehen warum spreche ich von unbehandelt die Firma Mabco hat halt das Glück dadurch dass sie diese Scheiben eh herstellen sind natürlich diese 5 Löcher und dieses große Loch hier in der Mitte das ist gar nicht drin das ist quasi ein sogenannter Rohling und dann kann man hier rein machen was man möchte und wenn ich eine passende Scheibe gefunden habe für die Vorderachse und Hinterachse wo von ihrer Topftiefe quasi passend wäre und auch von ihrem Durchmesser, Außendurchmesser passend ist dann werde ich diese Scheibe nehmen mache mir ein 520er Lochbild rein werde das dann ausprobieren mit Satteladaptern und nämlich Brechen dann eine Lösung bauen ich kann euch schon mal verraten es wird sehr wahrscheinlich die E34 540i oder E36 M3 das ist dasselbe die Sättel von dem Fahrzeug nehmen und wie gesagt in Größenordnung 300 mm vorne wie hinten fahren und wir sind in der Schau ich sage vielen Dank fürs gucken, kommentieren, abonnieren bis zum nächsten Mal